Tief in den Tiroler Bergen, genauer gesagt im Herzen Kitzbühls, befindet sich das Pub The Londoner, das mit englischem Charme seit Jahren seine Gäste begeistert. Livemusik, Abregie und die klassischen Angebote eines Pubs machen hier jeden Abend zu einem besonderen Event. Durch den Kultstatus, den sich das Pub über die Jahre erworben hat, wird ein Besuch im Innlokal zum regelrechten Muss. So ist The Londoner, Magnet für alle, die gerne ein gepflegtes Bierchen trinken, Leute kennenlernen wollen oder sich mit Freunden amüsieren möchten. Das zeigt sich an dem bunt gemischten Publikum, das sich aus Gästen aus aller Welt, Einheimischen und Prominenten zusammensetzt. Große Beliebtheit erfreuen sich auch die speziellen Veranstaltungen, die zum Beispiel zum Hahnenkammrennen oder zu Halloween stattfinden. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder sich die Fotos der Veranstaltungen ansehen möchten, finden Sie diese unter www.thelondoner.at www.thelon